Der ukrainische Präsident mitten in Kiew. In seiner jüngsten Videobotschaft wehrt er sich gegen russische Versuche, das Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland für die eigenen Zwecke zu vereinnahmen. Wir werden niemandem ein einziges Stück unserer Geschichte überlassen. Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die gemeinsam mit anderen Nationen in der Anti-Hitler-Koalition den Nationalsozialismus besiegt haben. Und wir werden niemandem erlauben, sich diesen Sieg anzueignen.